Ask Us Anything, eure Fragen hier im Podcast beantwortet. Wenn die Leute denn Fragen da draußen haben, wo müssen sie sich denn melden, bis sie ihre Frage hier bei uns hören können? Ziemlich einfach. Unten in den Downloads oder in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Auf unserem Discord-Server haben wir Bereiche für Communities oder auch für Radiografika selber. Und ganz tolle Ligen, by the way. Also für Turniere. Eine sehr, sehr coole Community. Aber dort findet ihr auch den Bereich Ask Us Anything. Im Bereich Ask Us Anything könnt ihr uns eine Frage stellen. Hier nochmal der Hinweis, bitte eine und nicht verschachtelte mehrere Fragen hintereinander. Und auf die Fragen von euch werden wir dann im Podcast eingehen. Bitte beantwortet nicht die Fragen der anderen Personen. Das ist die Fragen für uns, für den Podcast. Wenn ihr Fragen in die Community habt, könnt ihr das einfach sehr, sehr gerne machen, indem ihr im Community-Bereich Fragen an die Community stellt. Genau. Und dann haben wir doch mal die erste Frage von Wiesel oder Weisel. Der fragt, ich spiele selbst seit Jahren Brawl, aber es fällt mir extrem schwer, neue Leute dafür zu finden, weil die meisten bei dem Thema nur abblocken und es nicht mehr versuchen, etwas Gutes daran zu finden. Deswegen meine Frage, wie würdet ihr andere Magic-Spieler von Brawl überzeugen, wenn es euer absolutes Lieblingsformat wäre? Ähm, genau. Also Brawl, muss man ganz kurz sagen, ist das ... Kriege ich's noch zusammen. Das Commander-Format, was aber nur Karten legal hat, die momentan im Standard sind, ne? Yes. Genau. Und was halt auch dementsprechend rotiert. Und ich glaub, man spielt nur mit 80 Karten anstatt mit 60 Karten. Oder ist es aber Singleton? Nee, es sind 60-Karten-Decks. Ach so, es sind 60-Karten-Decks, okay. Äh, ja. Wie würde man denn Leute überzeugen von Brawl? Oder wie würdest du anfangen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich find Brawl ein ziemlich doofes Konzept. Also versuch mich gerade reinzufinden, irgendwie nichts Negatives über das Format zu sagen, weil ich find das das Format nicht gut. Und das Format ist ... Also wenn dann spiel ich Commander, dann hab ich die Decks forever. Mhm. Oder ich spiel halt Standard, und dann spiel ich meistens auf Arena. Und die Paper-Karten dafür zu holen, Brawl zu spielen, find ich irgendwie ... Es ist schwierig, weil Standard ist selber schon ein sehr teures Format. Mhm. Ähm, das glaubt mir zwar niemand, wenn ich das sage, aber es ist ein sehr teures Format. Und wenn ich dann noch Brawl dabei setze, was ja teilweise dann Karten dann, die dann in Brawl gut sind, aber nicht im Standard, und wenn die rausrotieren, nicht mehr im Commander gut sind, ich weiß nicht, ob man dafür schafft, Leute zu irgendwie zu motivieren. Ja. Vielleicht 60-Karten-Decks spielen. Ansonsten kann ich da leider Gottes echt keinen guten Rat geben, weil das Format für mich halt wirklich gar nichts gibt. Also, ich liebe Magic, ich liebe ganz viele Formate. Ich hab ein Standard-Deck, ich hab ein Modern-Deck, ich hab ein Bioneer-Deck, ich hab offenbar ein Legacy-Deck, ich hab ein Commander-Deck, ich hab so, so viel. Mhm. Aber Brawl gibt mir halt genau gar nichts. Deswegen, selbst wenn ich mich versuche, da reinzufinden, um Tipps zu geben, was an Brawl gut ist, schaff ich's leider nicht. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ja, ähm, ich find's ... Also, paar positive Punkte, die ich an Brawl sehen würde. Es ist halt eben spannend, weil immer neu. Du hast halt nicht diese abgetrampelten Pfade in Commander, wo du halt weißt, hey, wenn du ein Sacrifice-Deck spielst, dann gibt es diese drei Payoffs, die besten Enabler. Und du verfällst halt, glaub ich, sehr schnell in so ein Cookie-Cutter-Schema, wo du dann, dadurch, dass du nur limitiert bist auf nur begrenzte Karten, ein bisschen kreativ sein musst. Ähm, und es bleibt halt ... Also, ich hab mal das Argument gehört, dass es relativ günstig ist, dadurch, dass halt du selbst die Karten nur nutzen musst, die du halt in Standard hast. Und da musst du halt kreativ werden und teilweise mit Draft-Removal oder so was Ähnliches arbeiten. Und das sind so ein paar Appeale, die ich schon irgendwo sehe, wo ich auch nachvollziehen kann, wie in die man wirklich investiert ist in Brawl, ähm, dass das eben jemand positiv sehen könnte. Da jemanden von zu überzeugen, ist schwieriger. Weil ich würd dir zustimmen, es gibt ... Ist es vielleicht ein gesundes Format? Ist es vielleicht ein gutes Format? Ist es vielleicht ein ... Ja, wenn man's spielen würde, auch ein spaßiges Format. Aber die Frage ist, was macht Brawl zum Beispiel besser als ein Commander? Was macht's besser als ein Standard? Was macht's besser als ein Pioneer? Je nachdem, wie du's halt vergleichst. Und das ist halt so ein bisschen, da ist, glaub ich, die Abgrenzung nicht so groß zum Commander, als dass man Leute wirklich davon überzeugen könnte, da wirklich zu investieren und zu sagen, hey, ich bau mir jetzt ein Deck, ich nimm mir die Zeit, mir da eine Strategie zu überlegen, hol mir die Karten dafür. Und es gibt ja auch keine Pre-Cons mehr, die gab's ja nur einmal und das war's dann. Ähm, und das macht's halt alles so ein bisschen schwierig. Aber, wenn du eine Commander-Gruppe hast oder Leute hast, mit denen du allgemein Magic spielst, dann würd ich das im Endeffekt so ein bisschen aufsetzen als so eine einmalige, lass uns das doch mal machen. Wenn grade vielleicht ein paar Beschwerden kommen, dass man ja immer irgendwie dasselbe spielt. Ich weiß nicht, in welchem anderen Format man das ... Also, ich würd's jetzt in der Commander-Gruppe irgendwie ansiedeln, wo man sagt, hey, wir spielen irgendwie immer Commander, lass uns doch mal einen Tag machen, wo wir so ein bisschen crazy einfach mal ein Brawl-Deck spielen oder auch mal irgendwie Oath-Keeper oder andere Commander-Varianten. Einfach nur ein bisschen, ja, das zu beleben. Und ich würde fast sagen, wenn die Playgroup ein bisschen offen ist, kann man da, glaub ich, schon mal so die ein oder andere Brawl-Runde mit unterkriegen. Und vielleicht erkennt man ja sowieso, dass es dann doch mehr Spaß macht, als man erst gedacht hat. Also ... Aber sehr spannend generell, Leute zu überzeugen, in welche Formate zu gehen. Ja, das ist immer schwierig, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Dann gibt's noch eine Frage von Kree. Dort wird gefragt, wie sortiert ihr eure Magic Collection? Binder nach Farben, Binder nach Format? Welche Produkte verwendet ihr? Ich glaub, das hatten wir auch schon mal in ähnlicher Variante schon mal vor langer, langer Zeit beantwortet. Aber hat sich da was für dich geändert? Beziehungsweise wie sortierst du denn überhaupt? Also wir hatten sogar eine ganze Folge dazu gewidmet. Und zwar ungefähr genau vor einem Jahr. Ja. In Richtung Weihnachtsfolgen. Stimmt. Tatsächlich ist es für mich relativ easy. Ich hab Ultimate Guard Binder, wie Zipfolio Quadros, für verschiedene Farben. Also ich hab in jedem Ordner ungefähr zwei Farben drin, maximal drei. Je nach Farbe, ich hab nicht so viele Grün. Und, ähm, naja, ansonsten hab ich von Dragon Shield die, äh, die, 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 ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, diese, diese, auch Binder, auch mit Zipfolio, äh, mit, mit Zip, Zipper drumrum. Mhm. Und, äh, da hab ich die Reserved-Diskarten von mir drin, die ich nicht spiele oder nicht brauche. Und ansonsten sind's halt in Decks oder liegen auf den Card-Market-Ordnern und so weiter. Und, ja, das ist, da hat sich nicht viel geändert. Ja, das sind immer noch diese zwei Arten von, von Ordnern und, ja, die sind bunt gemischt. Ich hab, ich hab grundsätzlich, glaub ich, drei verschiedene Arten von Ordnern, die ich verwende. Äh, ich hab zum einen einen, äh, einen uralten, aus meiner Yu-Gi-Oh-Zeit noch stammenden, äh, ähm, äh, Ultrapro-Binder, der so fest ein paar Seiten einfach nur drin hat. Mhm. Äh, da sind alle meine Karten drin, die ich grad auf Card-Market verkaufe. Dann hab ich, ähm, ähm, ein Ring-Binder mit diesen typischen, äh, Seiten, die man auch noch dazukaufen kann. Ähm, da sind alle Karten drin, die ich nur einmal habe oder die halt für Commander sind oder die ich aus anderen Gründen sammle. Ähm, da sind auch zum Beispiel so ein paar Proxys drin von ein paar Proxy-Artists, die ich mir halt geholt hab. Äh, und im Endeffekt brauch ich die auch nur für Commander oder wenn ich sie halt irgendwie mal zeigen will oder so. Äh, da hab ich mittlerweile, das ist auch, da hab ich auch mittlerweile zwei Ring-Binder zu. Also, äh, da musste ich mal aufstocken, weil der dann doch irgendwann voll wurde. Und dann hab ich, wie du, äh, auch Quadros, ähm, für alle Formate, die Playsets beinhalten. Das ist bei mir halt eben modern. Großer, großer Teil eben Pioneer, aber auch ein paar Pauparkarten zum Beispiel. Und das sind so üblicherweise die, die Binder. Ich glaub, davon hab ich drei oder vier Stück mittlerweile. Ähm, da geh ich halt immer hin, wenn's halt wirklich ins Deckbau geht und so dieses typische, ah, okay, nee, da hab ich doch noch ein Playset von irgendwo rumfliegen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in Sofia hab ich mir das, äh, hab ich mir Modern Burn noch mal zusammengestellt. Und alle Karten hab ich da quasi in Playset aufgereiht, äh, auf ein paar Seiten hintereinander. Und da kommen die quasi raus, kommen direkt in Deck-Sleeves und werden dann gespielt. Ähm, der Rest, Bulg und so was, äh, entweder in quasi Kisten, wo sie noch sortiert werden müssen, oder halt in weiße Paketkisten für halt Cummins und Uncummins und so ganzen Kram, den ich halt nicht plane zu spielen. Ähm, dann noch eine letzte Frage von Mr. Brutalo, äh, der fragt, wenn ihr ein eigenes Kartenspiel rausbringen würdet, wie würdet ihr dabei vorgehen? Ich habe nämlich selbst eine Idee für ein Spiel, habe aber keine Ahnung, wie ich es auf den Markt bringen soll. Auf Woosterpacks würde ich, äh, gerne verzichten. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein eigenes Spiel zu designen? Und, äh, ein eigenes Kartenspiel? Never ever. Was daran liegt, dass, äh, ich ein ziemlicher Realist bin, und von, von, sagen wir, 50.000 Kartenspielen, die jedes Jahr neu entwickelt werden, überlebt immer noch keins. Ja. Und, ähm, das ist halt leider einfach der Punkt, an dem Fakt, an dem wir leben müssen, ähm, das ist, klingt immer fies, wenn ich das sage, aber verschwendete Lebenszeit. Ja. Weil, für manche Leute klappt's ja, es gibt ja, gerade im Brettspiel gibt's das besser, da kann man wirklich neue Sachen lernen, man kann neue Spiele-Sachen machen, äh, Flügelschlag ist ein gutes Beispiel. Wo eine Person einfach gesagt hat, hey, ich mach einfach mal ein Spiel, das ist großartig geworden, ähm, aber grad bei Kartenspielen, gerade Training-Kart-Games, der Markt ist so hart übersättigt mit irgendwelchen anderen Sachen. Und selbst wenn, müsst ihr halt gegen die Tier 2, also Digimon und, und, äh, One Piece und sowas ankämpfen. Wenn ihr euch nicht mit dem Tier 1 anlegt, was dann halt einfach Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Flaschenblatt sind. Ja. Und, das find ich schwierig, deswegen, hab ich, also ich hab, natürlich denkt man darüber nach, aber, ich bin dann sehr schnell zum Schluss gekommen, ich kann meine Zeit ein bisschen besser rausbauen. Naja. Wenn man auf Booster verzichtet, hab ich den Tipp, es gibt sogenannte Living-Kart-Games, ähm, gerade das Herr der Ringe Living-Kart-Game oder das Arkham Horror Living-Kart-Game, äh, sind da ganz gute Beispiele, kann man nachgoogeln, ähm, ähm, ist es auch so, dass da keine Booster-Packs wirklich sind, sondern eigentlich richtige Erweiterungen. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, bin ich bei Kartenspielen sehr, sehr kritisch bei neuen Sachen und, äh, das aus gutem Grund. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen, also, ich glaube, als spaßiges, äh, Gedankenexperiment mal so ein Spiel zu entwerfen oder sich im Kopf irgendwie zu überlegen, ähm, ne, wie könnte man so ein Spiel bauen? Ich hab das sehr viel mit Rollenspielen gehabt, also gerade mit so, äh, nicht nur Pen & Paper, sondern auch eben, äh, halt Videospielen. Wie wär da Ressourcensystem, wie würde man upleveln und so weiter und, ne, was würde man jagen? Ähm, und solche Sachen, das hat man, glaube ich, ständig mal. Und gerade bei Kartenspielen, ich glaub, da gibt's halt so ein paar Vorfaktoren, die man irgendwie sagen muss, da redet man wirklich von Trading-Kart-Games, redet man von Brettspielartigen Kart-Games, wie halt eben Flügelschlag oder Living-Kart-Games, was mit Erweiterung funktioniert. Und da kann man schon, also viele dieser, dieser Brettspiel- und Living-Kart-Games haben ja auch viele Elemente von Magic oder anderen Trading-Kart-Games auch mit drin, im Sinne von, äh, ich muss da zum Beispiel an Munchkin denken, die ja auch Special-Karts und so was, äh, bei Conventions und so was zum Sammeln draus geben. Oder, äh, eben, äh, ich glaub, Flügelschlag ist auch so gesehen einfach nur quasi so eine Value-Engine, die man sich über, über nach und nach baut. Äh, es gibt noch Dominion, was eigentlich quasi ein Draft ist, so, und so gibt's halt sehr viele Elemente, die man halt irgendwie in Magic hat, ähm, die man dann irgendwie umbauen möchte. Und wenn man wirklich so ein eigenes Kartspiel designen möchte, ich glaub, ich würde da anfangen. Ich würde wirklich sagen, was sind Elemente an Magic, die mir Spaß machen und wie kann ich sie so umändern, dass es interessant ist? Weil es bringt einfach nicht, Magic zu kopieren und dann machst du sieben Farben und dann machst du aber nicht Länder als Ressourcen, sondern Mana-Steine, ähm, oder sonst irgendwas. Ähm, Haarstone hat's geschafft. Genau, Haarstone hat's geschafft, aber da ist auch das Konzept mit Online sehr viel größer. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Gedankenexperiment. Ich fänd's fast schon spannender, wenn du deine Idee mal ausformulieren möchtest, äh, dass wir diesmal beantworten, wie wir, ob wir Bock hätten, so ein Spiel zu spielen, ganz realistisch mal gesagt. Nicht, dass wir unbedingt die Target Audience sein müssen, weil, äh, eine Erfahrung, die du auch gemacht hast, weil die wir beide auch gemacht haben, ist so, wenn man in einem Kartenspiel richtig tief drin ist, ist es schwierig, nochmal sich ganz tief reinzuarbeiten in ein weiteres. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, können wir auf jeden Fall mal unsere Gedanken dazu sharen. Und wenn ihr an dieser Stelle auch eure Frage beantwortet haben könnt, dann schaut doch mal im Discord vorbei, im Ask Us Anything Threat und schreibt da einfach mal eure Karten rein. Bitte nur eine Frage pro Person und da sind wir auch schon am Ende des... pro, pro, nicht pro Person, pro, pro, pro Post. Pro Post, genau, stimmt. Ihr könnt auch mehrere Fragen stellen, aber dann sagt bitte, macht bitte mehrere Posts draus, das können wir dann nach und nach abarbeiten. Genau. Und, äh, macht die dann nicht direkt aufeinander folgend, weil dann werden wir es auch nicht direkt aufeinander folgend beantworten. Genau, genau, da absolut richtig, nicht pro Person, sondern pro Post, sodass wir es halt adäquat übersichtlich halten können. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall schon das Ende dieser Folge 170 oder so von Radio Raffnika. Ähm, vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, da namentlich zu erwähnen, der Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank auch an alle Patreons, die uns monatlich supporten an dieser Stelle. Äh, und wenn ihr genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com slash gamery, wenn ihr, äh, uns da auch supporten wollt. Äh, auch ein, äh, herzlichen Dankeschön an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, beziehungsweise sehen wir uns da haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.